Sehr krass, das wird uns für immer verbinden. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht und ich wollte es auch nie. Aus dem verdammten Flugzeug springen. Werd den Tag nicht vergessen, wie du mich da reingelabert hast. Ich hab dich da so reingelabert. Wirklich? Du wolltest ja auch unbedingt. Alle im Hintergrund von Happy Slice so, Nuno und so, ja macht er das wirklich, ich bin ja skeptisch, sonst musst du das alleine machen hier und so. Ist so, keine Diskussion, der wird das hundertprozentig machen, ich krieg den dazu. Verdammte Kacke. Und das Beste war, warte mal, haben wir das schon mal irgendwo erzählt, vielleicht in einem Stream oder so, dann rufe ich noch zum Abschluss meine Mutter an. Ich hab schon diesen komischen Anzug an und so eine Sturmhaube oben auf dem Kopf. Ruf meine Mutter an, was sagt die? Na komm, spring's kurz runter. Hat dein Vater doch, wie oft hat er das gemacht? 56 Mal ist dein Vater Fallstürm gesprungen. Ich wusste nicht von einem Eindruck. Wie kannst du das nicht wissen? Das muss vor meiner Geburt gewesen sein, hat er nie erzählt. Nee, also wie kann man das nicht wissen, dass dein Vater 56 Mal aus dem Flugzeug gesprungen ist? Hat er nie erzählt? Wie kann man das nicht wissen? Weiß ich auch, ich muss ihn fragen, hat er mir nie erzählt, scheint unwichtig gewesen zu sein. Einmal zu viel gesprungen, keine Ahnung, war so unwichtig, mach ich halt mal am Freitag oder am Samstag. Total, wirklich geistig. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, muss ich sagen, so oft, über 50 Mal? Ich würde es niemals ein zweites Mal machen. Ich wollte es direkt wieder. Komm nochmal. So, zack, Gott sei Dank, oben bewölkt. Ich hatte gar keinen Bock mehr, überhaupt nicht. Du hast auch gleich noch andere verpflichtet. Sicherheitseinweisung, wurde übersprungen. Ja, Wolken ziehen zu. Wir machen den Rest der Sicherheitseinweisung oben. Auf einmal springen wir raus. Das war schon krass. Ja, aber ich habe dich auch das erste Mal gesehen, dass du auch nicht mehr, du warst auch nicht mehr der Selbstbewusste oben auf 4000 Meter, als die Tür aufging. Hoch konzentriert. Das werde ich nie vergessen, wie einfach einer am Flugzeug, der Kapitän, wie Terence Hill sieht der aus, so. Über 70, wahrscheinlich gefühlt so, vorne, wir fliegen. Kein Co-Pilot, hat der eine Herzattacke, hat der was, gehen wir runter. Die Maschine hat so geklappert. Ich hatte mehr Angst vor dem Maschinaturmsprung, bin ich ehrlich. Aber wir sind beide dabei bei Seven vs. Wild. Tatsächlich, ich habe schon mal mitgemacht, letztes Jahr alleine, eine Woche auf einer Insel. Dieses Jahr zwei Wochen Kanada zu zweit. Zwei Wochen. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie es wird. Ich habe schon so ein Gefühl dafür. Aber was erwartest du? Ich habe mich erst mal bei der Einladung so unglaublich gefreut. Ich habe da so Bock drauf. Nicht, weil ich da irgendwie gut oder so bin, sondern weil ich einfach komplett diese Herausforderung liebe. Da ans Limit zu kommen oder sogar noch drüber hinaus. Dann mit Rumatra zusammen. Das wird richtig, richtig geil. Mit dem habe ich auch schon so viele Jahre zusammengezockt. Das ist so mein, mit dem ich am meisten was mache. Kriegen wir uns auch oft sehr in die Haare. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Ja, das kann interessant werden. Ja, was ich erwarte. Ich will die 14 Tage schaffen. Also, wir müssen auf jeden Fall länger durchhalten als Faber, Platte und Rezmann. Das sind ja auch zwei Gamer. Da müssen wir länger durchhalten. Da sind wir ehrgeizig. Das Gute ist, Rumatra hat immer eine sehr große Fresse, was das angeht. Hat auch bei der ersten Staffel schon richtig doll gebackseatgamed. Und so, wieso macht er das nicht einfach so? Wieso baut er sich hier nicht hier kurz ein Dach? Warum, weißt du, so richtig so, wie man es so kennt. Naja, so richtig doll. Aber jetzt, er ist dir sicher, dass wir die 14 Tage schaffen. Ich habe da natürlich großen Respekt vor. Aber ich habe da so Bock drauf. Wir haben gestern ein bisschen vorbereitet, so Aufgaben eingeteilt, wer sowas macht. Ja. Aber ich werde so, ich werde fürs Fischen zuständig sein, Fische ranholen, wenn es überhaupt klappt. Vielleicht kriege ich 14 Tage keinen Fisch tangelt. Fische ausnehmen, Fische zubereiten über dem Feuer, Materialien sammeln, aber auch Fallen bauen. Wir gehen auch vielleicht mal für ein Kaninchen, für ein kleines Säugetier vielleicht mal. Alter, und das, da haben wir schon drüber gedacht. Da habe ich gedacht, ich könnte das nicht. Du sagst ja klar, weil so ein Hasen, ich kann doch keinen Hasentruck machen. Also wenn du 10 Tage nicht gegessen hast, ich würde den sogar roh essen. Back Spani? Du musst den auch, du musst den... Häuten, ausnehmen. Nein! Nee, also wirklich. Das geht nicht. Bei aller Liebe. Wenn der so viel, du hast ja einen Ohr, dann guckt er dich an. Niemals, ich baue dem im Käfig, der bleibt bei uns. Ich kann es nicht. Also da musst du unterscheiden. Wenn du da wirklich, wenn du dabei bist, es geht ums Überleben. Nie im Leben. Echt nicht. Nein. Ich fand schon krass, dass du bei der ersten Staffel oder bei der zweiten Staffel, wo du dabei warst, dass du nicht die Fische, da war ja so ein Flutbecken, wo ganz viele Fische drin waren und so Garnelen, die du einfach rausfischen kannst und Trepse und so. Eine Woche geht noch aushalten, zwei Wochen, du musst essen. Es gibt so eine Szene auch, glaube ich, irgendwo am Anfang, da gehe ich an dieses Becken, das war ja immer Ebbe und Flut. Also das heißt, die Flut spült dann da in diese Felsformation ein bisschen Wasser rein und auch ein bisschen Getier. Und dann guck ich an, da sind da so kleine Fische. Ja, so kleine. Die kannst du im ganzen Essen übers Feuer. Die musst du nur ein bisschen übers Feuer, kannst du im ganzen Essen ohne ausnehmen, weil die so klein waren. Pures Eiweiß. Kann ich nicht. Ach krass. Kann ich nicht. Also bei einem großen Fisch, das habe ich früher gemacht. Ich weiß nicht, wie wir das machen, aber das würde ich wahrscheinlich, ich weiß, wie man den ausnimmt, das habe ich alles trainiert. Das habe ich alles geübt. Ich sage dir, wenn du dann da ankommst, dann sind zwei Tage, drei Tage, dann bist du noch nicht auf dem Essensmodus. Also ich denke mal, das kommt nach einer Woche. Nach sieben, acht Tagen muss. Aber das ist ein großes Tier irgendwie. Das geht nicht. Aber geil. Wir haben eine ähnliche Aufteilung auch. Sascha bauts Haus. Ja, das ist bei mir Romatra. Ja, der bauts Haus. Ich hole die Materialien ran, er bauts. Ja, so haben wir es auch gemacht. Lagerbau. Also schon ähnlich. Und ich bin der, was man natürlich auch, du musst vielleicht auch gar nicht schlachten. Was wir uns auch gedacht haben, ist natürlich, es gibt viele Pilzsorten und sowas. Mit sowas muss ich mich auch noch beschäftigen. Pilze, irgendwelche Beeren, die du essen kannst. Ja, ja. So ein Zeug gibt es natürlich auch. Aber das ist auch so aus der allerersten Staffel. Du gehst irgendwie los, sammelst dir so ein ganzes Behältnis voll mit Blaubeeren. Nein, die haben 150 Kalorien. Um die zu sammeln, hast du 500 verbraten an Kalorien. Sport, ja. Du kommst ins Minus. Also ich weiß nicht, ob so sieben Tage für Mineralien ist das eine gute Sache und so ein Moralbooster. Aber 14 Tage, ein paar Blaubeeren naschen, da kommst du nicht mit weit. Ich bin jetzt schon Massephase. Ja, Romatra auch. Der hat nach dem Boxkampf, der Idiot, der ist immer so einer, der isst nicht. Der hat nach dem Boxkampf 15 Kilo abgenommen. Der ist gerade richtig mager. Der packt gerade die 14 Tage nicht. Der besucht mich hier in New York. Ich bin gerade in New York. Also wenn wir das Zeitpunkt, wo wir das noch aufnehmen. Der besucht mich hier in New York. Ich werde ihn richtig schön masten. Ich werde dir die besten Burger-Läden zeigen. Ich mache den richtig fett. Ich habe mit Romatra noch ein interessantes Gespräch gehabt. Ich habe auch 12 Kilo abgenommen. Aber er meinte auch, hattest du irgendwann aufs Training keinen Bock mehr? Aber es war ein ähnlicher Zeitraum wie bei mir. Let's Dance. Jeden Tag 8 Stunden sage ich, natürlich keinen Bock mehr. So und jetzt geht es endlich wieder los. Jetzt hauen wir wieder rein. Ja, ich haue richtig rein. Ist mir ganz egal. Ich gehe auseinander. Und was meinst du, wie wir aussehen werden, wenn wir da abgeholt werden? Sehr krass. Und ich kann dir jetzt schon sagen. Ich weiß natürlich, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich es schaffe. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann dir sagen, das beste Gefühl, um dich auch zu motivieren, ist die Abholung. Du wirst so emotional sein. Du wirst dieses Gefühl, wieder andere Leute zu sehen. Gut, man ist zu zweit. Ich weiß nicht, wie es da ist. Aber es geschafft zu haben, wird dich so kicken. Das ist unfassbar. Der Tag, der Abend dann, wenn alle zusammensitzen. So Leute, die du Wochen nicht gesehen hast. Du sitzt wieder da. Ich habe so Bock. Und du redest mit denen. Und was du nicht vermissen wirst, ist dein Handy. Bei mir war es so. Wir waren auch echt dankbar. Wir hatten drei Tage kein Internet auf dieser Insel, auf der wir noch alle zusammen waren. Und das war richtig. So alle haben miteinander gesprochen. Und ich wollte nur zuhören. So das war irgendwie so ein tolles Gefühl. Geil. Vor was hast du Angst bei Seven in the Wilds? Ja, also Otto hat es ja schon gesagt. Jedes zweite Team wird hundertprozentig Bären begegnen. Hundert pro. Kannst du nichts. Die sind auch mal neugierig und gucken nur oder riechen mal einen ausgenommenen Fisch oder sowas, wenn du es zu dicht am Lager zubereitet hast. Ja. Dass die einen jetzt direkt da angreifen, aber dass die mal nachts so ans Lager kommen und stuppern, das wird passieren. Das wird jedem zweiten Team passieren. Also davon kannst du hundertprozentig ausgehen. Das ist so ein Ding. Das ist eine Kacke. Weil Bären sind krass. Also Bären, du kannst sie vor denen wegklettern, du kannst sie vor denen wegschwimmen, du kannst sie vor denen wegrennen. Die sind einfach nur heftig. Wenn dir was antworten wollen, kannst du nichts dagegen tun. Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe einfach in der ersten Staffel ausgeblendet, diese gefährlichen Tiere. Ich habe nicht dran gedacht. Ja, so ein Hai im Wasser oder mal ein Krokodil, das passiert ja nicht oft. Aber ein Bär, zwei Wochen da oben im Duo, das ist schon krass. Das ist schon echt krass. Wenn du im Dunkeln, ich hatte eine Situation, da habe ich im Dunkeln einfach so ein Wildschwein hinter mir rotzen hören. Da dachte ich, verdammte Kacke. Und das war schon übel, weil es dunkel ist. Und du hörst auf einmal Geräusche. Das ist Kacke. Und dann hoffst du, dass der Mond irgendwie, dass der noch ein bisschen heller wird. So um die nächste Palme sich dreht irgendwie, dass das ein bisschen mehr licht. Weil das ist belastend. Ich weiß noch nicht. Vielleicht ist es auch wirklich, sollte man immer ein Feuer anhaben? Ich habe schon gesagt, ich finde Feuer overrated, weil du brauchst wahnsinnig viel Energie. Kann auch falsch sein. Du brauchst wahnsinnig viel Energie, um das Feuer dauerhaft die ganze Nacht am Laufen zu halten. Wir waren ja auch mit Otto für Nerd in the Dirt, mein eigenes Survival-Format, waren wir in Lappland, minus zwölf Grad draußen. Haben nur auf Rentierfällen geschlafen und sind da durchgezogen mit Equipment. Das war schon sehr hart. Aber so ein Feuer, wenn das aus ist. Ich meine, wir haben einen Schlafsack dabei. Dann hast du ein T-Shirt, ein Pullover und eine Jacke. Du kannst deine lange Hose anbehalten. Du kannst sogar deine Schuhe anbehalten im Schlafsack. Von der Kälte, wie kalt wird es dann nachts im Zeitraum? Vielleicht höchstens 0 Grad oder so. Kälter wird es nicht. Und dafür ist es warm. Also du kriegst es hin, nicht zu frieren, wenn du trocken bist. 0 Grad ist aschkalt. Ja, aber überleg mal, wie dick du eingepackt bist. T-Shirt, Pullover, Jacke, Schlafsack und Hose und alles, weißt du? Also rein vom Frieren, sag ich, ist das machbar und du kannst viel Energie sparen. Aber viele sagen auch, Feuer ist wichtig für die Moral und um Bären abzuhalten und um Mücken abzuhalten und sowas, alles Mögliche. Da muss ich mich nochmal genauer mit befassen, ob das wirklich ein Must-Have ist oder ob man auch jede zweite Nacht das Feuer ausbleiben kann. Weil du bist den ganzen Tag am Feuerholz sammeln, ne? Ja, 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 das verbrennt schnell. Ohne richtige Axt, ohne richtige Säge, das wird schon krass. Ansonsten habe ich am meisten Angst vor, wenn es die ersten zwei Tage regnet. Wenn es die ersten zwei Tage Dauerregen, alles ist nass, du kriegst kein Feuer an, du kriegst nichts getrocknet. Guck dir die erste Staffel an mit Dave, der war wieder sechs Stunden raus. Wenn es von Anfang an regnet, das wird das härteste sein. Ich weiß noch, was am wichtigsten irgendwie so vom Gefühl her war, ist, dass du irgendwie dich wohlfühlst und gut schläfst, glaubst mir. Du musst irgendwie Schlaf finden. Ich habe nie Tiefschlaf gehabt, aber irgendwie, dass man zur Ruhe kommt, dass man diesen Stress abschalten kann. Ich weiß noch nicht, was wir in die Flasche packen. Ich bin da auch noch, es gibt viele geile Videos, hast du dir Gedanken gemacht? Sehr viel. Ich habe mir alleine auf dem Flug nach New York neun Stunden lang Videos runtergeladen, um mir alle Flaschen reinzuziehen. Wirklich, ich habe mir alle Flaschen reingezogen. Ich finde es ja so, dass wir so die Basics sehr gut machen. Ich wäre sogar, momentan bin ich noch dafür, dass wir eine Klappsäge mitnehmen oder ein, zwei Sägeblätter und dann den Griff selber bauen. Und eine Handketten-Säge, die man so zieht. Weil Bauen wird wichtig. Hast einen guten Unterschlupf, gut durchlüftet und auch gut regenfest und so. Wir werden echt Fokus aufs Bauen nehmen, weil das hebt dann auch die Moral. Wenn wir da einen richtig guten Shelter haben, ein richtig gutes Lager. Wenn du die ersten drei Tage nichts gebaut hast, hast du keine Kraft mehr. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber die Kraft geht weg. Du willst nicht mehr, du willst keine 20 Meter mehr laufen. Das kenne ich noch von mir. Ja, das stimmt. Da bin ich sehr gespannt. Wir hatten ja schon die No-Food-Challenge, sieben Tage gar nichts. Gar nichts essen. Das war auf jeden Fall krass. Aber es geht. Ich habe schon oft gemacht Fasten, nichts essen, keine Kohlenhydrate über Monate und so was. Also ich glaube, das wird funktionieren. Was ist, hast du einen Luxusgegenstand, wo du sagst, der muss mit Tabak bei mir? Ich glaube nicht. Also wenn wir uns mit einem Feuerstahl zu beschissen anstellen, dann nehme ich gerne noch ein Feuerzeug oder ein Sturmfeuerzeug mit. Seht das als Luxusgegenstand? Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe aber wirklich gedacht, weil gut, ich konnte mit dem Feuerstahl gut umgehen, aber trotzdem, so ein Sturmfeuerzeug, wenn das schön voll ist, es gibt ja bestimmt so Bundeswehr-Dinger oder was. Die kannst du bei Wind und Wetter. Ja, ist schon ein Luxus. Ist schon geil. Also es war schon sehr frustrierend mit so einem Feuerstahl, als wir da in Lappland waren. Da war saukalt, windig. Noch nicht mal Otto oder Otto hatte so große Probleme mit dem Feuerstahl, ein Feuer anzukriegen. Da habe ich keine guten Erfahrungen mit gesammelt. Deswegen, Feuerzeug könnte geiler sein. Was ist mit sonst irgendwelche Special-Sachen, irgendwas Ernährungsmäßiges, was wir uns überlegt haben, ist irgendwie so, wie heißt denn das, Gemüsebrühe? Ja, ja, Brühwürfel oder so. So was schön salzige Brühwürfel nehmen wir mit. Hebe die Moral, kannst du Wasser abkochen, packst das da rein, hast die Mineralien, schmeckt geil, ist warm, fühlt sich nach einer Mahlzeit an, auch wenn es nicht so richtig Kalorien hat. Das wird ganz wichtig sein, davon nehmen wir viele mit. Aber weißt du, was euer großer Vorteil ist? Ihr wohnt in der Nähe, ihr könnt euch jeden Tag treffen. Diesen Nachteil, Sascha und ich können das nicht. Ja, Romatra wohnt weit weg. Ja? Ja, ja, der wohnt in Bonn neben Köln und ich komme ja aus Hamburg. Okay, ja, okay. Das ist schon ein bisschen, zum Üben ist das krass. Bei Romatra ist gerade voll Fokus. Der hat ja Luft- und Raumfahrtechnik studiert im Master, sodass er Sonden zum Mars schicken kann und Hydraulik und alles ganz leicht und so der ganze Stuff. Der ist gerade dabei, der will unbedingt eine elektrische Kettensäge, die Komponenten auseinander bauen und dann die Flasche bekommen und eine Solarpanelfolie mitnehmen mit einer ganz kleinen Batterie. Der will ja den MacGyver machen, der will ja irgendwie so ein Kraftwerk bauen. Da muss ich ihn noch vom Gegenteil überzeugen, dass er unsere ganze Flasche dafür opfert, für irgendwelche elektronischen Teile mitzunehmen. Man darf es ja. Also man darf Elektronik mitnehmen. Batterie? Die nicht unterhält und keine Musik oder irgendwie Bildschirm hat. Man darf elektronische Teile mitnehmen. Aber wenn die leer sind und die Sonne nicht scheint und das Solarpanel zu schwach ist, die Batterie aufzuladen, weiß ich nicht. Aber ey doch, das klingt echt gut. Lass ihn das machen. Wie lustig ist der Content auch. Ich will es sehen. Wenn Romatra anfängt, Solar und dann die Säge einfach versagt. Es ist auch das andere Ding, wo er ein mega Risiko macht. Er möchte so Titanfolien mitnehmen, so ganz dünne Titanfolien und eine ganz kleine Tube, zwei Komponenten kleben und will daraus einen Kochtopf basteln, dass wir da auch richtig kochen können. Sonst passt da nichts in die Flasche rein. Wenn das nicht klappt, wenn das nicht richtig klebt, wenn da ein Loch drin ist, haben wir super viel Platz verschwendet. Der geht da volles Risiko rein. Nein, Kleber, das löst sich bei Hitze. Vergiss es. Ich weiß auch noch gar nicht, Kochtopf, was nimmt man da? Ach, da mache ich mir gar keinen. Was willst du denn kochen? Du machst ja da keine Suppe. Mit den Gemüsebrühwürfen, dann nimmst du irgendwas. Wir werden halt keinen Müll da haben. Das ist nicht wie Panama, da kommt Müll angespült. Das stimmt. Hoffentlich kommt da ein bisschen Müll. Irgendwie mal so ein ganz kleines bisschen. Eine kleine Pfanneflasche. Einfach mal, weil da jemand mal war vor zwei Jahren. Ich habe mal eine Flasche vom Boot geschmissen und die wird dann da angespielt. Ich brauche Müll. Ein bisschen Müll. Ja, ich sage dir, Müll war gut. Müll ist super. Ja, Müll ist schlecht, Leute. Aber wenn du überlebst, ist Müll gut. Wenn du überlebst, wenn du irgendwo drin bist im Film und das Ding, das ist ein Abenteuer, das kannst du ja für Geld nicht kaufen, was wir da erleben. Ich habe mich so gefreut. Als der Anruf kam von Fritz, ich habe mich so gefreut. Danach war ich heiser. Danach war ich das ganze Wochenende heiser. Mir war fast Genick gebrochen. Du warst der Typ, ich habe dich da ein bisschen sehr rabiat gezogen. Du warst der Typ, die ganze Woche mit dem Megafon auf der Tour. Ich war der Typ, der sich da ein bisschen zurückgehalten hat. Kommt der Anruf von Fritz, war ich drei Tage heiser. Alter, so war es. Und habe mich am Genick gepackt. Ja, mit dem Kopf immer gegen die Busdecke gehauen. Jawohl. Ich bin dabei. Rumatra. Rausgerannt. Dann kam der noch rein. Durchgedreht. Geil. Eine Zuschauerfrage ereilt uns. Ist das interaktiv hier? Meine Fresse. Let's go. Hi, ich bin Luca. Ich habe eine Frage an euch beide. Welche Idee vom jeweils anderen hättet ihr gerne selbst gehabt und umgesetzt? Oha. Boah. Alter. Jetzt muss ich mal überlegen. Boxkampf hast du gemacht? Also bei dir Safetycamps. Mehrere Tage streamen. Ja, Angelcamp. Es ist geil. Es ist ein geiles Konzept. Alles, was jetzt, Eli hatte jetzt ja auch seinen Stream erstmal eine Woche durchstreamt. So generell Streams, die lange gehen, Events, feiern die Leute. Und so Angel ist so, ist genial, weil das geht so nebenbei. Du wirfst die Angeln aus und musst die Zeit durchkriegen und kannst dann andere Programmpunkte machen. Ich war ja auch bei dir im Mittelaltercamp damals dabei. Da kannten wir es auch gar nicht so gut. Das war auch richtig geil. Aber das Angelcamp ist genial. Da warst du auch dabei. Du hast auf dem Hausboot geschlafen. Ja, klar, auf dem Hausboot. Da habe ich meinen ersten Fisch gefangen. Ich hatte dann damals einen Angelstein gemacht. Zehnmal angeln, nie warst du gefangen. Zehn Jahre später komme ich zu dir und hole da so einen 30-Kilo-Karpfen aus dem Wasser. Alter, ey, wie fett war dieses Ding. Ich glaube, war einer der Größten, den wir da rausgeholt haben. Also es war sehr krass. Angelcamp, ich würde bei dir sagen, was hast du nur noch gemacht? Boxkampf ist das Erste, was, glaube ich, jedem einfällt. Ja, ja, Boxkampf. Eine Arena zu füllen. Ja, ich würde das nehmen. Ich würde das. Ich würde das nehmen. Ja, safe. Machst du noch einen Boxkampf? Mein Handgelenk ist leider kaputt. Ich habe mich ja leider da an Mickys Kinn, meinen Discos abgerissen. Das ist das, was die Speiche mit dem Handgelenk verbindet. Viel, viel schlimmer als ein Bruch. Das würde auch nie wieder richtig heilen. Ich freue mich jetzt, dass ich wieder so ein bisschen Sport machen kann. Aber das ist schon, ich kann nie wieder boxen. Wenn das nochmal reißt, habe ich für immer nur noch eine Hand. Das ist zu hohes Risiko. Alle haben mir davon abgeraten. Aber ich habe so Bock. Ich überlege immer wieder, ob ich es trotzdem mache. Aber wenn das nochmal reißt, dann habe ich bis zum Lebensende nur noch eine Hand, die ich benutzen kann. Ey, habt ihr mich nicht auch mal angefragt? Werden mich nicht angefragt? Ich soll gehen? Ja, ja. Du hast mich angefragt. Na komm, haust du dem Tanzverurteil in die Fresse oder was hast du gesagt? Alter. Mach es noch. Mach es noch. Willst du noch welche veranstalten? Bestimmt, oder? Es kam so geil an. Es haben so viele Leute Bock. Es sind auch viele am Boxen und der Kampfsport ist geil. Sei es nicht nur Boxen, sondern auch Kickboxen oder selbst hier MMA. Ey, die Leute haben Bock. Die Leute haben Bock. Das Kontakt zum Stadion und zum ganzen Team steht. Also es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Also du, das Training, was du bei Let's Dance gemacht hast, war tausendmal härter als das Boxtraining. So ein Boxtraining geht anderthalb Stunden. Machst du viermal die Woche, zwei Monate lang. Bumm, hast einen geilen Kampf. Ja, aber ich weiß nicht. Also Romatra war acht Stunden, hat er gesagt jeden Tag. Das war nicht anderthalb Stunden. Der hat zu mir gesagt, ähnlich wie bei mir. Was willst du acht Stunden machen? Du bist auch im Arsch. Du machst acht Runden Sparring und dann kriegst du keine Luft mehr. Ja, ich sag dir, das war auch Intervallsport. Und wenn du dann den Tanz drauf hast, dann zwei Minuten durchtanzen, fünf Minuten Pause. Wieder, wieder, wieder. Das war geisteskrank. Wirklich. Und so eine lange Phase. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so eine lange Phase... Du bist raus aus dem Leben. Aber das war beim Boxen nicht, ne? Nee, beim Boxen war nicht. Beim Boxen war noch chillig. Ich hab vorbeizubringiert. Ja, mach's. Wirklich. Gegen wen? Gegen wen? Wer ist in deiner Gewichtsklasse? Wer wiegt 100 Kilo? Montana the Black. Komm in die Fresse. Nein, ich hab keine Ahnung. Wer ist in meiner Gewichtsklasse? Ja, es gibt schon einige. Wen würdest du sehen gegen mich? Boah, ich hab... Ich würd dich gegen so viele sehen. Ja? Das wär so geil. Ey, du im Boxkampf, wenn du da einläufst vor 14.000 Leuten lang Cess Arena, die Leute schreien, dann erknickt... Mit Hermelinmantel. Bruder, wie ein König, Alter. Hermelinmantel. Komm mit rein. Welcher Song läuft? Alge. Alge, Alge. Alge. Komm, dann wär schon krass. Ja? Safe. Okay, gib mir jetzt Gegner. Monte. Direkt? Monte brauchst du. Ja, okay. Dann soll er kommen. Dann soll er jetzt kommen. Was ist mit Carsten Ellotricks? Carsten Ellotricks? Tanzverbot. Hab ich noch nie in echt getroffen? Ein bisschen kämpfen. Oh, das hat mir so leid getan, ne? Für Carsten, weil ich glaub, Carsten hätte bei Sam was bald sehr gerne mitgemacht. Ja. So wie ich das rausgehört hab. So schade, ne? Wirklich, das hat mir so ein bisschen leid getan, dass er dann nicht mitmachen kann, weil du bist dann raus. Da hab ich auch Angst vor. Romatra kann ja loslaufen, Feuerholz sammeln, tritt in so eine Feldspalte, knickt um, reißt sich sein Sprunggelenk, dann müssen wir abbrechen. Und wie wir Romatra kennen, passiert sowas gerne auch mal. Ich würd weinen. Das würde mich so brechen. Nein, du musst ihn dann ein bisschen verbinden, ihm gut zureden, kühlen. Ja, was willst du machen? Das heilt. Das muss nicht operiert werden. Wir bleiben jetzt einfach nochmal zwei Wochen hier und dann gehst du zum Arzt. Du machst ihm eine Bandage, machst ein paar Stöcke, baust ihm zwei Krücken, alter, dann humpelt der durch den Wald. Gut. Stell dir mal wirklich vor, wir schaffen das dann trotzdem, einer mit nur einem Fuß. Legende. Aber jetzt passiert sowas, die letzten sind noch drei Tage, dann musst du durch, dann musst du unterschmerzen. Schmerzmittel, vielleicht auch was für die Flasche. Nehmen wir mit. Fällt mir gerade ein. Wir haben hier eine Ibo 800, packen wir rein. 800? Gibt's nicht höher? Ich nehm höher. Höher? Noch höher. Noch mehr. Einfach so morgens schon mal eine rein. Ibo 4800 nehmen wir mit. Profilaktisch, morgens schon mal eine Tausender. Komm. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, was ist. Du kriegst, kann, ey, das Schlimmste war, sag ich dir jetzt hier auch, geh vorher zum Zahnarzt, ich hatte Zahnschmerzen irgendwann, lass das alles absegnen, sowas darf nicht passieren. Wovon? Du hast das nicht gegessen. Ich kann mir nur vorstellen, ich hatte zwar diese Filterflasche dabei, aber sie war irgendwie immer sandig. Das Wasser, was man da hatte, war immer sandig. Und ich glaube, dass ich Sand irgendwo reingekriegt hab unter meine Brücken oder was. Boah, da ist direkt Gänsehaut, Alter, da ziehst du dann alles zusammen. Ich bin dann zurück zum Zahnarzt, die haben alles gereinigt und dann ging's wieder. Wie ist das mit euch mit Hygiene? Nehmt ihr Tücher mit, mit denen ihr euch zum Beispiel den Arsch abwischen könnt, nehmt ihr eine Zahnbürste mit, nehmt ihr Zahnpasta mit, nehmt ihr dieses Naturshampoo mit. Nix. Scheiß auf Hygiene in der Zeit, ne? Wir kennen das eine Woche. Ich sagte ganz ehrlich, du brauchst keine Zähneputzen, weil da gibt's ja auch Tricks. Ja. Nimmst ein Stück Kohle. Nimmst ein Stück Kohle, nimmst einen jungen Ast, haust einen Stein drauf, dass der so faserig wird, mit ein bisschen Wasser und Holzkohle und zack, hast die Zähne geputzt. Ausschwül mit Wasser, fertig. Völlig egal. Du wirst, es wird auch, es ist auch nicht so, man stinkt anders. Das ist so ein Geruch, den hast du auch noch irgendwie drei, vier, fünf Tage danach. Die Frau hat gesagt, ich hab, das hat, das war so ein süßlicher Geruch. Das war nicht, wenn du mal nach Schweiß stinkst, der Geruch so, ich stink jetzt mal. Es ist anders. Es ist so ein Dreck, modrig. Es ist ein sehr ekelhafter Geruch. Wenn der Körper keine Kohlenhydrate mehr hat und aus seinem eigenen Fettreserve Energie gewinnt, der Atem ist extrem säuerlich, die Haut riecht säuerlich. Es ist schon ein sehr ekelhafter Modus. Aber das ist Sascha und mir egal, wir kennen das so. Wir haben uns abgeholt gegenseitig, wir wissen, wie das ist. Es war uns auch da scheißegal. Also wegen dem, mein Tipp, das würde ich sparen, Zahnbürste, nimm nicht bloß, das nimmt zu viel Platz weg. Ja, scheiß auf Hygiene, ganz ehrlich. Was ist mit Wasserfilter? Wir gehen zum Beispiel volles Risiko, hey, da wird irgendwo ein Fließgewässer sein, wir sind in Kanada, das wird ein sauberer See sein, da kann man direkt draus trinken. Auch wenn wir es nicht abkochen können, wir gehen Risiko. Keine Keimtabletten, kein Wasserfilter, kein Abkochen. Wir sagen, das Wasser muss dort trinkbar sein. Ja, Wasserfilter kriegst du ja auch nicht rein. Es gibt aber solche kleinen Pulver oder was, das kannst du in Dreckwasser schütten, sowas gibt's. Aber ich bin halt Wasserfilter bei Sam & Oswald gewohnt gewesen. Obwohl ich auch das Gefühl hatte, irgendwann hat der nicht mehr gewirkt, das Wasser war auch modrig, hat gestunken. Irgendwann. Keine Ahnung, vielleicht hab ich ihn auch zu oft abgefüllt, obwohl das hieß, den kannst du 200 Mal füllen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der stinkt irgendwann. Aber da haben wir auch noch kein Rezept, da haben wir auch nicht drüber geredet. Ich kann keinen Wasserfilter da reinpacken. Es gibt so kleine Wasserfilter, es gibt diese wirklich kleinen, die passen da rein, da musst du das Wasser mit so einem Säckchen durchlaufen lassen, die kannst aber auch, also es gibt was, auf jeden Fall, was da reinpassen würde, braucht aber auch wieder Platz. Da ist mir eine zweite Säge und ein stabiles Messer wichtiger als ein Wasserfilter. Am Ende wirst du da sein und denken, nach einer Woche, scheiße, diese fünf Sachen hab ich unnötig mitgenommen, sag ich dir jetzt schon noch. Hoffentlich nicht. Wurde es geben. Guck doch mal, Joris hat einen Kochtopf damals mitgenommen, unnötig. Ja, okay. Hab ich aber schon im Vorfeld gesehen, dass das unnötig ist. Sabrina Outdoor, Kochtopf. Ich denke, Alter, das ist doch kompletter Schrott. Bei dir zum Beispiel essentiell mit den Zigaretten, die waren wichtig, ne? Für meine Psyche war das ultra wichtig. Ich sag sogar, ich sag sogar, wirklich, also ich hab die alle Folgen gesehen und das war meine Theorie, rauchen ist natürlich komplett Katastrophe und du bist so körperlich abhängig, du bist so bösesüchtig, du hast während der Bustour den ganzen Tag den USB-Stick geraucht, im Coworking-Space, rauchen verboten, du rauchst, wo wir den Stream hatten, da unten in Köln, rauchen verboten, du rauchst, dann rauchst du die ganze Zeit dein Bananending, rauchst du jetzt auch gerade wieder, rauchst du es die ganze Zeit und dann brauchst du davon eine Pause und gehst raus und rauchst eine richtige Zigarette, kommst rein und rauchst, ja genau das, du hast so wirklich, du qualmst den ganzen Tag, so du bist böse abhängig, Katastrophe, Alter, was, du hast da fünf Dinger zum Rauchen. Katastrophe, Katastrophe. Du musst hart sein, wenn dir Dschungel weint. Knossi. Seven of the wild. King of the jungle, King of the jungle.